Immer mehr Skiurlauber fahren jetzt in die Berge oder kehren nach Hause. Entsprechend liebhaft wird es am kommenden Wochenende auf den Fernstraßen in Richtung Süden wie nach Norden hin zugehen. Abseits der Wintersportrouten rollt der Verkehr weitgehend störungsfrei. Staus sind auf der A1 Hamburg-Bremen-Köln und der A2 Hannover-Berlin zu erwarten. Auf den Autobahnen A7 und A9 kann es auf der gesamten Länge ebenfalls immer wieder zu Verzögerungen kommen. Stau belastet bleiben folgende Strecken. Die A3 Köln-Frankfurt-Nürnberg-Passau, die A61 München-Gladbach-Ludwigshafen, die A5 Frankfurt-Karlsruhe-Basel und die A8 Karlsruhe-München und weiter nach Salzburg. Autofahrer sollten auf der A99 der Umfang München, der A93 Kufstein in Teil Dreieck und der A95 München Garmisch-Partenkirchen mehr Zeit einplanen. Im Ausland müssen die Autofahrer auch mit Zwangspausen rechnen. In Österreich gilt es für die West-Tauern-Inter- und Brenner-Autobahn, für die Fernpassroute und die Rheintal-Autobahn. In Italien wird die Brenner-Autobahn am stärksten belastet sein. In der Schweiz gilt es für die A1 St. Gallen-Zürich-Bern, die A2 die Gotthard-Route und die direkten Zufahrtsstraßen in die Skigebiete. Beim Thema Winterreifenpflicht ist die Verunsicherung ja oft groß. Unsere Juristen beantworten dazu die am häufigsten gestellten Fragen auf der Homepage des ADAC. Berlin-A2 St. Gallen- Politiker von Dr. Gallen-Steuern-Innist. Berlin-A4 St. Gallen-定ial-A4 St. Gallen-Puffahrt des Gals St. Gallen-Puffahrt des Gals.